Oh Gott. Uah. Oh, hier ist noch so ein Ding. Komm. Ich hoffe, ich speichere das jetzt. Nein! Oh Gott. Irgendwo verstecken. Ja. Oh, bloß nicht in der Sackgasse laufen. Hä? Ach so, du tauchst unter. Ja. Ich dachte, was ist jetzt los? Komm, bitte hau ab. Hau bitte einfach nur ab. Aber ich glaube, du musst langsam auch auftauchen wegen Luft und so, ne? Ja. Komm, geh hoch. Ich mache die ganze Zeit, ich kann nicht hochkommen. Hä? Wenn du ein Stück weiter gehst? Kann ich hoch? Oh, bist schon tot. Ja. Scheiße. Ich habe die ganze Zeit gedrückt, wie ich auch ducke, also, dass ich mich entducke, aber das ging nicht. Och ne, jetzt starte ich ja schon wieder. Ah, vielleicht warst du irgendwie unter was gekommen und deswegen bist du nicht mehr hochgekommen. Das kann sein. Ja. Ah, ja. Also scheinbar muss ich mehrere dieser Schalter drücken. Ja. Puh. So, gerade mal gucken. Hier war einer. Glaublich. Ich glaube auch. Oh, das schaut da alles so ähnlich aus. Vor allem, wenn man nicht selber spielt, dann ist das irgendwie noch krasser alles gleich irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal ein anderes Gefühl dafür. Wieso kann die uns im Dunkeln sehen? Das ist so unmenschlich. Ja, der, die, das ist auch echt kein Mensch. Also. Ich glaube, der ist Menschen. Ja. Das sind selber alles so Dämonen hier. Da ist er. Oh. Komm, geh endlich weg. So. Hier war irgendwo was. Mhm. Da, genau. Jetzt gehe ich mich am besten nochmal verstecken gerade. Oh Gott, das ist aber nicht. Oh, ja. Ach, das ist das mit dem, ja. Strom. So, das müsste, die müsste eigentlich gleich wieder auftauchen. Ich traue mich nicht weiterzulaufen, weil ich Angst habe, die ist gleich in meinem Rücken. Hm. Naja, schlimmstenfalls musst du dann halt laufen, ne? Da steht ja auch, dass du spielen kannst. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, oh komm, jetzt, jetzt machen wir es einfach. Strom. Huah. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich glaube, das ist sie. Neben mir ist meine Tasche umgefallen. Das hat mich gerade voll erschreckt. So. Oh Gott. Mit den ganzen... Das war so richtig am, am Kabel und dann hat es so schschuup gemacht. Über die Kopfhörer. Gott. Ah. Jetzt komm schon, Spiel. Ich sehe nicht, ob sie das ist. Ach, mir ist warm. Oh nein, sie hat mich gesehen. Toll. Alles umsonst. Ach, scheiße. Ich bin zu spät runter. Das war jetzt blöd. Schade. Okay, okay. Langsam haben wir Übungen. Ja, das stimmt allerdings. Also, am besten... Ist jetzt schon das erste, der erste Schalter gedrückt? Nee, das speichert nicht. Okay, also am besten wir machen den ersten an. Dann schauen wir, dass wir irgendwo langlaufen, wo sie uns nicht so sehen kann. Warten auf die und verstecken uns, oder? Ja, genau. Und dann, je nachdem, wo die hingeht, gehen wir weiter. Wieso habe ich denn jetzt... Moment, X... ...die falsche Taste gedrückt. Oh, fuck! Ja, toll, wo kam das denn jetzt hier? Ich komme nicht weiter. Ach, verdammt. Das ist Zufall, oder? Ja, ich glaube... Stuf... Beziehungsweise, nee, ich wollte jetzt gleich den Schalter drücken. Ich habe das vorher, glaube ich, nicht gemacht. Ja, stimmt, du bist immer zu dem Holz-Ding erst. Ja, ich habe mich immer erst versteckt. Dann gehen wir da nämlich hin und warten kurz ab. So blöd mit nassen Haaren und Headset. So, wieder hoch. Na? Dann hoch, genau. Alles wird trocken, nur da nicht, wo man es auf hat. Ja. So, jetzt gehe ich direkt weiter. Ja. Weil vorhin habe ich zu lange gewartet, da hat sie mich nämlich gesehen. Ja, wahrscheinlich ist es das. Das ist halt blöd, wenn du untertauchst, siehst du sie ja gar nicht, gell? Hm, das stimmt. Außer ihre Taschenlampe halt, ne? Ja. Und man hat irgendwie ewig das Wasser an den Augen. Ja. Was ist das für ein Schmal? Als ob der sich nicht mit den Händen das wegwischen könnte. Also ich will hier mal kurz warten, bis sie wieder um die Ecke kommt. Ja. Wo bleibt sie? Ne, das war nur ne Fussel. Das verwirrt manchmal so arg, wenn diese Fusseln plötzlich anfangen hat. Ich muss nochmal kurz runter. Da, dieser Abschnitt ist ja furchtbar. Mhm. Man weiß überhaupt nichts irgendwie. Weißt du eigentlich, was die Schalter machen? Die machen das Strom aus. Ah. Dann kann ich da nämlich gleich. Sind das nur die zwei, oder hast du noch einen dritten gesehen? Ach, Mann. Scheiße. Lauf. Oh Gott. Oh Gott. Ach nein. Ich bin doch durch. Dachte ich. Das geht's doch nicht. Ich renne jetzt einfach zu diesem komischen... Alter. Hier rein. Nein. Hier rein muss ich. Scheiße. Hier bin ich. Hier muss ich hin. Oh Gott, du verwirrst mich. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Wir müssten jetzt gleich zu diesem... Oh, komm, lauf schneller. Ah, wir sind bei der Tür. Okay. Und schließen. Und schließen. Oh, und heilen. Jetzt geht die Tür auf. Und nachladen. Der hat aber nicht gespeichert, gell? Nee, er hat nicht gespeichert, weil ich da nicht durch bin. Ich muss jetzt dorthin, wo diese Stromdinger waren. Mhm. Ich glaube, jetzt wollte ich echt zu viel. Meinst du? Hm. War ja eigentlich gar nicht schlecht. Also, ich dachte jetzt, ich hab's geschafft, aber sie hat mich irgendwie wieder rausgezerrt. Weil ich muss sie mich da durchducken. Und wenn ich ducke, bin ich langsamer. Und dann hat sie mich gekriegt. Ah, okay. Ah, nicht doch. Wollte ich doch wieder nicht. Ja, toll. Jetzt müssen wir schauen, dass wir wissen, wo die gerade ist, damit wir irgendwie an der vorbei und da durchducken können. Ja. Super. Ich sag's dir, wenn du nochmal drauf gehst, dann rennen wir einfach direkt von Schalter zu Schalter und machen das in so Speedrun. Speedrun mäßig. Wie weit kommt sie eigentlich hoch? Mhm. Oh, oh. Ziemlich weit. Zu weit für mich. Ja. 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 Da, ich seh's Licht. Äh, so eine Scheiße. Shit, die hat mich gesehen. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh shit! Ich muss ja hier lang. Renner, 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 renner. Renner, 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 renner. Hier lang. Und hier durch. Renn, renner, renner, lauf, 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 bitte. Und geh so bald wie möglich wieder hoch. Ich drücke aber, er kommt nicht hoch da. Es hat noch nicht gespeichert. Ich warte auch schon die ganze Zeit darauf. Das ist doch scheiße. Wieso speichert das nicht? Jetzt, endlich. Endlich. Oh. Oh, Junge, 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 Junge. Was für eine beschissene Stelle einfach nur. Absolut. Oh, die blödste Stelle im ganzen Spiel, würde ich fast sagen. So. Haben wir hier was Schönes. Hiermit können wir interagieren. Okay, dann gucken wir jetzt aber erstmal auf die andere Seite, ob wir da noch was haben. Ah. Verbann. Juhu. Warte mal, sind wir nicht von hier gekommen? Das ist doch der abgestürzte. Toll. Hat ja viel gebracht. Dachte ich jetzt gerade. Warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz hin. Sonst nicht, dass es der gar nicht war. Hm. Ne, da kann ich aber nichts machen. Ich kann mich in der Kiste verstecken. Äh, in der Tonne. Aber sonst nicht. Oh, Mann. Na gut, dann interagieren wir mal hiermit. Dann interagieren wir mal, genau. Ja. Oh, hätte ich hier durchbrechen müssen? Ah! Hä? Jetzt hänge ich fest. Super. Wie hat das Ding einfach los, okay? So, wie ziehe ich das jetzt wieder? Also, jetzt muss ich nochmal umschalten. So, damit ich rauskomme. Zieh, 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 zieh. Der Mechanismus ist blockiert. Achso, weil das noch ein Stück vielleicht... Zieh, zieh, zieh. Immer noch blockiert. Ah, okay. So. Ups. Gedrückt halten. Ich muss es ganz zurückziehen. Das muss mit voller Kani runderrauschen scheinbar. Ja, damit es aufgeht, wirklich. Ja, das ist der Berg. Okay. Jetzt. Go. Puh. Kaputt. Oh, oh. Und, äh, irgendwas ist da. Ja. Oh Gott. Das Monster von der Schule. Also wir selbst nur. Da brauchen wir uns ja keine Gedanken machen. Aber es ist jetzt weg. Ich geh zurück. Ich will mir den anderen Gang noch angucken. Ach. Noch ein bisschen. Das Monster von der Schule. Das Monster. Ich wusste doch, dass hier was ist. Ich hätte aber tatsächlich lieber gerne Batterien. Ja. Ah, da, da. Da ist es doch einer. Sehr schön. Dass du gleich ein bisschen noch was hast. Ich verbrauche eh wieder alles. Ja. Ah, so schlimm bist du ja auch nicht. So schlimm bin ich ja auch nicht. Ja. Ja, man hat halt mittlerweile nicht mehr so die Zeit, sich so richtig umzugucken. Deswegen hat man gar nicht mehr so die Zeit irgendwie zu verschwenden. So, hier komme ich nicht lang. Also gibt es nur den Einweg. Ja doch, weil dann verstecke ich mich wieder ewig irgendwo und vergesse das Ding auszumachen. Da geht es auch nicht lang. Also gibt es auch nur den Einweg. So, beim nächsten Mal speichern bist du dann dran, würde ich sagen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich dachte, ich hätte etwas blinken sehen. Wo genau muss ich jetzt hier hin? Ich muss mich bestimmt nicht runterstützen lassen. Da geht es aber runter, ja. 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 Ah, zumindestens haben sie Blutspuren gezeigt. Oh Gott, was höre ich denn da schon wieder? Hä? Tada, es speichert. So, ich würde sagen, an der Stelle darfst du gerne weitermachen. Ich habe meine Stunde um. Ich kenne mich gar nicht aus, oh Gott. Ja, sagen wir es mal so, ab hier brauchst du dich gar nicht auskennen. Ab hier ist alles neu. Okay. So, okay Leute, dann würde ich sagen, wir enden wir dann hier an der Stelle. Und mit Eri geht es dann im nächsten Part weiter. Also, seid gespannt. Ich glaube, wir sind kurz vor dem Ende. Ich glaube auch. Viel Spaß noch weiter. Ja, bis dann. Ciao. Ja.